Huzin, Sie haben nie aufgegeben und haben das Unmögliche möglich gemacht. Hansi, komm, deine Einschätzung. Von wegen Heimvorteil. Am Ende hat der Gast hier die Nase vorn. Ganz knapp mit einem Tor, aber auch das reicht, um den Sieg einzufahren. Das war unsere Übertragung heute Abend. Mein Dank geht an Hansi Küpper. Dankeschön, Marco. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.